Da kann so ein Kompositionsprozess ein bisschen heilen, weil eben im Lauf der Komposition ja natürlich noch nicht das Publikum an sich bewegt wird, man aber trotzdem einfach die Option hat, Dinge, die einem durch den Kopf gehen und Gedankengänge musikalisch und künstlerisch zu verarbeiten. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.